Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Dennis Aogo hat mehrere Jahre für uns Schalke gespielt, er konnte mal mehr, mal weniger überzeugen und äußert sich ja nach seinem Karriereende ja gerne mal zu aktuellen Fußballthemen und nun auch über die aktuellen Verhältnisse im Fußball, was spannend ist, was man generell am Fußballspiel vielleicht verbessern sollte. Und im Kicker-Interview hat er eine ja schon durchaus verrückte Idee, eine vielleicht auch lustige Idee geäußert, die hoffentlich nicht ernst gemeint ist. Denn er sagte, so wie der Fußball jetzt ist, wird er nicht zukunftsfähig sein. Eine Idee wäre, dass wie im Basketball eine Uhr runterläuft und man in dieser Zeit einen Angriff zu Ende bringen muss. So als Dennis Aogo mit seiner ja verrückten Idee in den Fußball mehr vielleicht Tempo reinzubringen, mehr Spannung im Spiel oder einfach nur mehr Zeitdruck, wodurch gar nichts mehr gelingt, das ist halt die Frage. Also es ist erstmal sehr interessant, dass in einem Spieler oder einem Ex-Spieler zu hören, der auch nicht wirklich der Spieler war, der zwingend ihren Angriff schnell gemacht hat, wenn ich mich da an seine Schalke-Zeit erinnere, und nach seiner Karriere irgendwie Lust hat, immer wieder in den Fußball komische Sachen mit reinzuschmeißen. Also was das jetzt wieder sein soll, weiß ich wirklich nicht. Nicht mal wieder ein plumper Versuch, seine Meinung raus zu quetschen und irgendwie den Fußball verändern zu wollen, warum auch immer. Also man kann ja vielleicht darüber diskutieren, wie der Fußball in Szenien aussieht oder sowas, aber mal wieder sowas Grundsätzliches ändern zu wollen, mit einer Uhr den Angriff zu starten und dann eine gewisse Zeit zu haben, wo kommen wir denn dann noch hin? Also wir spielen ja eben nicht Basketball, wir spielen ja Fußball. Also Dennis Aogo, ich weiß nicht, was der genau für eine Mission aktuell verfolgt, nach seinem Karriere-Rende irgendwie im Gespräch zu bleiben oder sowas, aber ich glaube, die Idee, die kann man durchaus in die Tonne kloppen. Aber gut, der Ex-Schalker hat sich geäußert. Eure Meinung zu seiner Idee gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.